Was geht ab Leute, hier ist euer Delman mit einer neuen Reaction zu Dab und Ramo, Laternen am Block. Let's do it. Qualitäter, das typische Intro von den Qualitäter Jungs, geile Sache. Oh, der hat seine Stimme sehr sehr prägnant in diesem Beat, boah, ich frage mich bis jetzt aus welchem Land der hat kommt. Wie man weiß ist Ramo Marokaner, Kilomatik ist denke ich auch Marokaner, Malo kommt doch irgendwo aus Kuba oder so, aber der hat, woher kommt der? Oh, der Einstieg vom Beat ist pornös man, als ob du eine Massagerolle auf deinen Knien rollst und darüber schnupfen machst. Boah, wie geil das ist, ja. Ich sage dir ganz ehrlich, daher sieht es aus wie ein Nafri, ernst, wie so ein Algerier, so ein dreckiger Algerier. Wir sind alle Nafris, wir sind alle dreckige Nafris. Oder seine Stimme ist so rar, kratzig, das gefällt mir gerade, unnormal. Also ich glaube der gute alte Herr inspiriert sich vom Samra, der raucht auch ganz viele Malbrotzigaretten. Starke Lines, starke Lines. Ich fühl dich Bruder, ich fühl dich. Mir ist gerade unnormal warm, deswegen sitze ich hier gerade im Unterhemd. Ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus, ja. Drop it like it's hot. Boah, dieser Beat ist unnormal geil, ich fühl gerade diesen Vibe, ich schlafe nicht ein, aber ich fühl das gerade. Diese Intention, dieser chillige Vibe, du denkst mit, du hörst auf seine Stimme. Dieser Vibe gibt dir so, damit du vollkommen auf seine Stimme zuhörst. Nur seine Stimme ist das Wichtigste, was zählt. Boah, diese... Diese Melodie im Hintergrund ist so beruhigend. Und starke Lines hat er da, er will, dass seine Eltern ein glückliches Leben haben. Deswegen tickt er mit Drogen. Liebe Leute, tickt nicht mit Drogen, außer, 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 ihr wollt schnelles Geld machen, aber dafür müsst ihr vielleicht in den Knast. Und ihr müsst vielleicht die Seife fallen lassen. Die Hook ist echt gut, ja. Kann man echt nichts zu sagen. Hat der schöne, seine Stimme passt, dass diese leicht kratzige... Und gefällt mir. Jetzt erwarten wir Ramo. Wie ihr wisst, ich bin unnormal großer Ramo-Fan. Ramo ist ein zerstörerischer Motherfucker, der auf diesen Beats kommt wie nichts. Der Maracani zerknallt alles, wie Carlo Colli. Meine Psyche versinkt im Treibsand. Mein Herz gleicht eine Eiswand. Einsam, keiner kann mich aufheitern. Ja Allah, lass mich nicht verbrennen wie Weibrand. Keiner sonst ist in die Tiefen meiner Seele. Wie viel Liebe ich ihn gebe, denn noch schmieden... Ramo, Ramo mit seiner Stimme kommt so hoch, fresh auf diesen Beat. Oder Ramo, ich... Bis jetzt, der hat auf so vielen Beats geflogen. Oder der Ramo enttäuscht nie. Das ist marokkanische Gütelsiegel. BAM! Oder was ist das für Lines, Alter? Richtig klein zum Nachdenken. Nur der Religion hält mich am Boden. Oder der weiß es. Der weiß es. Macht eure... Macht keine krummen Geschäfte, Jungs. Das einzige, was ihr ziehen solltet, ist die Handelbank. Geiler Part von Ramo. Es war echt ein kurzer Part, aber dennoch geile Merk. Message. Geiler Flow. Die Stimme passt perfekt zum Beat. Gefällt mir sehr. Oder das ist ein geiles Lied. Das ist so ein Typ Bushido ähnliches Beat. So diese melancholische... So eine sehr aufbrausende Stimmung. So richtig geil zum Nachdenken. Gestern noch auf dem Boden der Zelle. Heute zähle ich meinen Spot und meine Laterne am Block. Gestern schaß ich mit nem Eisen auf und schiebe da. Heute greife ich zu den Sternen am Himmel. Gestern noch auf dem Boden der Zelle. Geil, Mann. Geil. Gefällt mir sehr. Das werde ich auf jeden Fall auf meine Playlist machen. Ihr wisst doch, der Dellmann drückt viele Omas im Gym. Das war Direction zu der Herr Bramow Laterne im Blog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls du ein neuer Abonnent sein willst und mir auf meinem Weg folgen wirst, klick unten. Drück drauf. Ich grüße eure Omas. Euer Dellmann.